Neuruppin ist gar nicht so unschön, wie es zu vermuten sei. Aber der Havelkaiser hat gesagt, dass der Fontane hier irgendwie gestartet ist 1891 oder so. Keine Ahnung. Die Sonne scheint. Neuruppin ist schon im Gartenbereich. Es wird die Kohle vielfach erhitzt. Bratwürste Millionenfach werden eingeschnitten, ausgepackt auf den Grill und so weiter. Ja, ich werde heute Abend auch Bratwürste holen, gleich nachher. Aber Onkel, ist das nicht dein Baggy Day? Ne, Baggy Day habe ich abgeschafft. Ich habe Fleisch Day heute und morgen und alle Tage. Denn Fleisch ist mein Gemüse. Onkel, jetzt hast du noch drei kleine, süße Stocks. Schaffst du doch, oder? Drama. So, abliefern.